Musik Schönen guten Tag meine Lieben. Wie geht's euch? Ich hoffe sehr gut. Was sind unsere Lernziele für heute? Heute haben wir drei Lernziele. Das erste Lernziel lautet Sprachen lernen. Das ist das erste Lernziel für heute. Zweitens, Nummer zwei. Wir haben auch Landskundliche Themen. Landskunde. Landskunde ist eine Maklumatiklimatik, eine Maklumatik von Deutschland, von Alemanya. Wir werden heute noch ein paar Mal über die Maklumaten über Deutschland sprechen. Nummer drei, unser Lernziele ist Altaxsprache in Deutschland. Das heißt, Altaxsprache. Altaxsprache ist die Welt. Altaxsprache ist die Welt. Die Welt ist die Welt. Die Welt. Das heißt, wir haben auch ein paar Mal über die Lernziele. Wir werden auch ein paar Mal über die Lernziele verwendet werden. Und 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 die Lernziele verwendet werden. Wir werden die Lernziele verwendet werden. Und die Lernziele verwendet werden. Und die Lernziele verwendet werden. Also wie gesagt. Ja, die Tafel. Das ist eine Tafel. Das ist die Tafel. Sehr gut. Und das Pult. Noch einmal. Pult. Was ist Pult? Ja, die Lernziele verwendet werden. Pult. Weiter. Der Kursraum. Der Kursraum. Das ist der Kursraum. Wir kennen uns mit allen. Der Kursraum. Machen wir weiter. Das Wörterbuch. Wörterbuch. Ja, das ist das Wörterbuch. Sehr gut. Und das Kursbuch. Das Kursbuch. Das Kursbuch. Okay. Weiter. Mit dem Thema Sprachenlernen. Der CD Player. Der CD Player. Weiter. Der DVD Player. Und der Overhead Projektor. Der Overhead Projektor. Wie wir sehen, die alle Dinge in der Kursraum stehen. Die alle Dinge in der Kursraum stehen. Die alle Dinge in der Kursraum stehen. Der Marker. Das ist der Marker. Okay. Sehr gut. Wie wir sehen, die alle Dinge in der Kursraum stehen. Die alle Dinge in der Kursraum. Wir haben immer wieder benutzt, die wir in der Kursraum stehen. Sie können uns fragen, ob das eine Sprache einstellt, wie wir lernen, was sie lernen? 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 Das sind alles was die Dinge. Die Dinge zu sprechen. Das ist der Grund. Die Dinge zu sprechen. Wir werden jetzt überprüfen. Wir werden können, wie wir uns fragen und fragen, und wie wir uns fragen, und wie wir uns fragen, und die wichtigste Themen. Sprachen lernen. Die alle lernen, die Sprache. Wir haben alle alle Sprache, wir haben alle alle Sprache für die Sprache. Sie brauchen eine Art, wie wir uns fragen, wie wir die Sprache über das Sprache über die 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 Sprache. Die erste Frage Wie ist deine, eure, ihre Mutter Sprache? Es gibt viele Leute, die ich in der ersten Zeit sehe, von denen ich eine Art von Jenseitsmacht habe. Die Art von der Lughe der Lughe ist die Mütter-Sprache. Wir fragen uns, wie ist deine oder eure oder ihr Mütter-Sprache? Sehr gut. Meine Mütter-Sprache ist Spanisch. Meine Mütter-Sprache ist Arabisch. Meine Mütter-Sprache ist Deutsch und so weiter. Sehr gut. Frage Nummer zwei. Welche Mütter-Sprache hast du? Oder habt ihr oder haben sie? Welche Mütter-Sprache hast du? Ich habe zwei Mütter-Sprachen. Okay. Ich muss über die Lughe der Lughe der Asseise immer fragen, was ist deine Mütter-Sprache? Oder welche Mütter-Sprache hast du? Ich habe so ein sehr vieles. An welchen Mütter-Sprachen hast du immer zwei Mütter-Sprachen? Sehr gut. Mein Vater spricht Arabisch und meine Mutter spricht Französisch. Wenn ich in der Fall, in der Fall ist, sage ich arabisch und französisch. Ich habe zwei Muttersprachen. Ja, mein Vater spricht arabisch, aber meine Mutter spricht französisch. Sehr gut. Mit meinem Vater spreche ich arabisch und mit meiner Mutter französisch. Manche sehr gut. Ich habe zwei Muttersprachen. Mit meinem Vater spreche ich arabisch, aber mit meiner Mutter spreche ich französisch. Sehr gut. Und? Wir haben jetzt gesagt, wie die Mutter spricht? Ich spreche vier Sprachen. Ich spreche vier Sprachen. Ich spreche polnisch, italienisch, englisch und deutsch. Sehr gut. Machen wir weiter. Seit wann? Seit wann? Sؤال, muhimme, aui, aui. Seit wann? Nun, zu, mit? Min, ämter. Seit wann lernst du? Masala. Seit wann? Seit wann lernst du Deutsch? Seit wann lernst du Englisch? Ich lerne seit drei Jahren Portugiesisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Seit drei Jahren. Monzu. Min, 3 Jahre. Sehr gut. Ich lerne erst einen Monat, Türkisch. Der تعbier muhimm, aui. Erst. Erst einen Monat. Ich lerne nur fünf Jahre. Erst eine Woche. Erst einen Tag. Erst einen Tag. Ich lerne erst einen Monat. Ich lerne nur fünf Jahre. Ich lerne schon fünf Jahre. Sehr gut. Machen wir weiter. Ich lernen schon fünf Jahren, Russisch. Ich lernen schon fünf Jahren Russisch. Begales ich 5 Szenen schon, Ihnen 약 länger, Kathleen. Wir brauchen Schメen, lieber maatschadien, wenn ich Mann, sieению mache ich nicht mehr arabische vowen in den Kliniken. Ich leern seit, regel nicht? Oder hast, ich denke Escuch, wieder wieder, oder schon? Also, z gelegen. Te machen wir weiter. Wie gut sprichst du? Wie gut sprichst du? Ich habe die Kallim kweiss ad die Eid. Die Kallim fählen kweiss oder wie gut sprichst du? Oder sprecht ihr? Oder sprechen sie? Wie gut? Ich spreche perfekt. Ich spreche perfekt. Perfekt Frau Hermontese. Ehe Lohra. Schwedisch, Deutsch, Polnisch, Arabisch, Französisch. Ok. Ich spreche sehr gut oder gut. Wenn man überfekt, die ähssehne, 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 kann man gut oder sehr gut. Ok. Ich spreche ein bisschen. Wenn ich nicht mehr wissen, ich weiß, bis ich nicht mehr wissen, bis ich ein bisschen mehr wissen kann. Das heißt, ein bisschen. Sehr bisschen. Wie gut sprichst du ein bisschen, das heißt, dass ich ein bisschen ein bisschen an Englisch spreche ein bisschen an Englisch. Sehr gut. Gud, music separately, das W EB ist wichtig. Okay. Ja, wenn du zurниBI? Bist du sprichst du Englisch bist, zum Beispiel, und um zusammen �ust votre Sprichst du soeber. Also, ich will noch eine andere Frage sagen, welche Sprachen du willst oder Sie lernen wollen oder noch lernen wollen? Noch ein weiteres. Ich spreche, beispielsweise Deutsch. Welche Sprache willst du noch lernen? Ich will noch ein weiteres. Okay. Ich möchte oder ich will Fienisch, Deutsch, Englisch lernen. Ich spreche kein oder nicht Dänisch. Ich spreche kein Dänisch oder nicht Dänisch. Wie lange lernt ihr schon? Wie lange kam die Mutter? Wie lange lernt ihr schon? Ich habe vier Jahre lang Türkisch gelernt. Ich habe vier Jahre lang Türkisch gelernt. Okay. Wo lernst du? In der Schule habe ich Englisch und Französisch gelernt. Ich habe Englisch und Französisch gelernt. Okay. Wir beginnen. Wir beginnen. Wie lange lernst du Deutsch? Wo lernt ihr Deutsch? Wo lernen Sie Deutsch? Ich besuche, mache einen Deutsch Kurs. Das ist ein sehr wichtiges Beispiel. Ich mache einen Kurs. Okay. Oder ich lerne in einer Sprachschule Deutsch. Ich lerne in einer Sprachschule. Ich lerne in einer Sprachschule. Oder ich lerne in meiner Schule. Ich lerne in einer Sprachschule Deutsch. Ich backe immer gelernt. Oder ich studiere in einer Univerzität. Tag- subject. Ich lerne nach Deutsch. Oder ich lerne in einer Sprachschuleってilen. Oder ich Nephanema an einem Integrationskrricular ключ. Neメ teil. favourite deiner Er춰ziehung. Die all Moore, die wir lernen, hinterher um. In alumni hat alle Sprachschule, in der Schule oder in einem Institut oder an der Universität oder für Integrationskurs. Sehr gut, machen wir weiter. Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Wie lange? Der Deutschkurs dauert einen Monat oder sechs Monate. Wie lange dauert der Kurs? Der Kurs dauert einen Monat, der Kurs dauert sechs Monate. Der Deutschkurs geht von September bis Mai. Wie sagt er, wenn er und endet, wird er von September bis Mai? Oder, drei Mal auf die Woche. Drei Mal auf die Woche. drei Mal auf die Woche. Geist, zum oder in den Deutschkurs. Drei Mal auf die Kurskurs. Drei Mal auf die Kurskurs. Drei Mal auf die Woche. Drei Mal auf die Woche. Teilnehmer. Mهم, auch Teilnehmer. Adad der Muscharekien. Muscharekien. Hat der Deutschkurs. Wie viele Teilnehmer? Kam Adad der Muscharekien für den Kurs? Wie kann man sagen, in meinem oder unserem Deutschkurs sind 20 Personen. Oder, wir sind 20 Schüler und Schülerinnen. Wir sind 20 Schüler und Schülerinnen im Deutschkurs. Unser Deutschlehrer, Unser Deutschlehrer heißt. Ich sage, ich sage, wir sprechen später über die Leute. Ich habe früher in der Schule Deutschkurs. Ich habe früher in der Schule Deutschkurs. Früher, während ich das war. Früher, während ich das war. Früher, ich habe früher in der Schule, in der Schule, in der Schule. Sehr gut, wir sind noch beim Thema Deutsch lernen, wie ihr seht, wir versuchen, zu nehmen etwas, oder ein größteres von der Gemüse, um mit dem Thema Deutsch lernen zu verabschieden. Sؤال ist wichtig, warum lernst du Deutsch? Warum? Ich will oder ich möchte. Ich will oder ich möchte, und da immer wir wissen, dass wir in der Infine. Ich will oder möchte besser Deutsch sprechen. Ich will oder ich möchte besser Deutsch sprechen. Ich möchte oder ich will Deutsch besser sprechen. Oder, wir haben die Leute, die andere Dinge, die Leute lernen, oder die Allgemeine lernen. Ich will nach Deutschland reisen. Also, sie sagen Deutschland. und dort mein Deutsch verbessern. Ich will oder ich möchte mein Deutsch verbessern. Ich will oder ich möchte mein Deutsch verbessern. weiter. Deshalb. Die können lachen Asbäb. Deshalb, alashen keda, besuche oder mache ich im Sommer einen Deutschkurs. Deshalb mache ich im Sommer einen Deutschkurs. Sehr gut. Wir sind noch beim Thema, warum lernst du Deutsch? Lass und wir haben eine andere Ansatz zu lernen. Yer haben wir eine andere Ansatz zu lernen. oder genügend games letztendlich jemanden. Ich will lernen Deutsch. Wie. Ich will. Sehr gut. Vorher zu sprechen, wir haben viel gelernt. Wir haben viel gelernt. Drei- Wir haben viel gelernt. Wir haben viel gelernt. Es ist alles. Und ich will nicht. alles. Und ich will nicht. Ich lerne Deutsch, weil die Sprache mir gefällt. Ich lerne Deutsch, weil die Sprache mir gefällt. Warum lernst du Deutsch? Weil ich gerne Sprache lerne. Ich lerne Deutsch, weil ich es für meine Arbeit brauche. Ich lerne Deutsch, weil ich es für meine Arbeit brauche. Er sagt, weil ich es, es ist Deutsch. Für meine Arbeit brauche. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Oder weil ich in Deutschland, in Österreich. Oder in der Schweiz. Oder in Liechtenstein habe. In der heutigen Zeit haben wir darüber gesprochen, die deutsche Sprache sind die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache sind die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache sind die deutsche Sprache. Und wir denken, wir denken, wir haben vier Länder. Erbache, Dürfen. Natürlich, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und die große Sprache sind die deutsche Sprache. Und die deutsche Sprache sind die Lichtenstein. Er sagt, ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben. Ich lerne Deutsch und arbeiten will. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Weil mein Mann deutscher ist. Weil mein Mann deutscher ist. Ich lerne Deutsch. Weil ich nach Deutschland gehen will. Weil ich nach Deutschland gehen will. Weil ich nach Deutschland gehen will. Ich lerne Deutsch gehen will. Weil ich nach Deutschland gehen will. Weil ich nach Deutschland gehen will. Okay. Machen wir weiter. Ich lerne Deutsch. Wie findest du? Was findest du schwer? Oder was findest du leicht? Was findest du leicht? Was findest du schwer? Oder leicht? Oder leicht? Yani слож. Mannmarket. Was findest du leicht? Или leicht? Oder schwer? Oder wat finde sie einfach? Oder schwer? Und das wurde leicht? Und die ohne Sprache? Was finden sie einfach? Oder einfach? Oder schwer? Oder 쓰고? Ich finde die Sprache die Gramatica. Die Aussprache ist schwer, schwierig, kompliziert, leicht oder einfach. Ich finde, dass man die Sprache, die Lagen oder die Grammatik oder die Aussprache ist schwer oder schwierig oder kompliziert. Ich finde, die Wortschatz sehr wichtig. Ich finde, die Wortschatz sehr wichtig ist sehr wichtig. Ich finde, die Wortschatz sehr wichtig ist. Das heißt, das ist der Überschatz, das ist der Überschatz für die Vokabeln. Das ist sehr gut. Ich habe Sprachniveau. Das ist der Überschatz, das ist der Überschatz. C1, C2. Wir haben hier ein Set der Musteuäyä. Das heißt, das Sprachniveau ist A2. In Deutsch habe ich das Sprachniveau A1. In drei Monaten habe ich eine deutsche Prüfung. In drei Monaten. In drei Monaten. In drei Monaten habe ich eine deutsche Prüfung. Ich habe eine deutsche Prüfung, eine Test, eine Unterricht. Ich muss viel für die Prüfung lernen. Das ist ein Muss. Ich muss viel für die oder für meine Prüfung lernen. weiter. Die Prüfung hat vier Teile. Wir arbeiten mit den Reis. 佐ent Liou aus demressen� articles. Die Prüfungs rarely mal vertreiben. SieINT der ethermologicalen bilang. Das ist vollständig. Das sind viele Definiere. Die 4 Punkte. Das ist vollständig. Bei den Sprachen. Hörfischtehen, die Achtobar für Mahehrt der Esterhöhung, Schreibfischtehen, die Achtobar für Mahehrt der Kettbe und das Sprechen. Das Sprechen, das Sprechen, die Achtobar für Mahehrt der Esterhöhung. Das sind die vier Mahehrt, die vier Fähigkeiten die Mوجehen in den Logen. Okay. Wie lernst du Deutsch? Was machst du gern oder nicht gern? Wie lernt du Deutsch? Weiterein Deutsch wie es? Und die ordinance keine Liebe, sie will. Ich kann schon gut schreiben. Ich kann gut schreiben. Aber ich muss noch besser durch das Gespräch. Ich kann gut schreiben, aber ein paar Mal muss ich sprechen. Weiter. Ich verstehe nicht viel. Ich mache noch viele Fehler, ich mache Fehler, ich mache viele Fehler, ich mache noch, ich mache noch viele Fehler. und das Text auf Deutsch. Ich lesse, ich leese, ich hör dir, ich hör dir. Deutsche Texte, Nussauce Almanien. Also sagen wirilar über eine andere Art Texte auf Deutsch. Nussauce auf Deutsch, die Almaniener. Sehr gut. Im seltenen Seiten, wie du sort du machst, wie verdient es zu machen? Ich hörde Deutsche Radio. Ich leze viel auf Deutsch. Ich leze viel auf Deutsch. Oder ich leze viele Filme. Ich leze viel auf Deutsch. Ich leze viel auf Deutsch. Ich spreche viel Deutsch. blew ich viel auf Deutsch. Wir machen weiter. Gefällt dir oder Ihnen der Deutschunterricht? Gefällt. Das Verben gefallen. Er ist die Deutschunterricht, die Auslagerung, anst du dich? Oder nicht? Er macht mir oder gefällt mir nicht? gefällt mir عقباني أو nicht, nicht عقبان Ich lerne gern oder gerne Deutsch أنا bechib atعلم Deutsch أو ich lerne nicht gern Deutsch mich bechib atعلم Deutsch Deutsch gefällt mir اللغة der Albuminien عقباني Deutsch ist meine Lieblingssprache Lieblingssprache اللغة المفضلة المحبوبة بالنسبة لي meine Lieblingssprache ist Deutsch نفس الجملة مصيغة تاني sehr gut Ich liebe die Deutschsprache أنا bechib اللغة Almanin sehr gut Im Deutsch Kurs يعني إحنا لو ملاحظين كده التسلسل اللي احنا ماشيين به قدرنا نقول إحنا إيه اللغة الأساسية إيه اللغة بتعلمها بتعلمها فين لغاية ما وصلنا إلى إيه رأيك في اللغة وإزاي بنتعلم طعب يا ترى في Deutschkurs نتخيل إن إحنا موجود دلوقت في Deutschkurs وبنتعلم ألماني إيه الجمل اللي إحنا مقولها هو إحنا قاعدين من نتعلم أوكي Wie sagt man das auf Deutsch ساعات كتير أرفع إيدي أقول أنا عاوز أسأل سؤال أنا عاوز أقول الجملة دي عاوز أقول الكلمة دي بالألماني أقول إزاي دا بالألماني دي كلها مصطلحات الطلبة يستخدموها في Deutschkurs Oder Wie schreibt man das أنا مش عارف أكتب الكلمة دي Wie schreibt man das واحد زي يعرف أكتبها Oder Wie schreibt man ungefähr مثلا كلمة ungefähr أنا مش عارف أكتبها ungefähr يعني تقريبا حوالي Ungefähr Wie schreibt man das أوكي Können Sie bitte das Buch stappieren Buch stappieren Mungkin حدك تقولي الكلمة دي حرف حرف Können Sie das bitte Buch stappieren Okay Sehr gut Kannst du oder können Sie das Wort oder den Satz bitte an die tafel schreiben Ja Satz اللي هي الكلمة إحنا الجملة Wort اللي هي الكلمة فممكن أسأله هو حددك ممكن تكتب الكلمة دي yet أو الجملة دي an die tafel على السابور Kannst du oder können Sie das Wort oder den Satz bitte an die tafel schreiben كمان Wie spricht man das Wort aus Wie spricht man das aus Ich nicht schuldung يعني معذرة عذرة أنا مقدرتش أفهم كويس Ich habe dich oder sie nicht verstanden زي ما احنا ملاحظين دي كلها جمل وأسئلة بتطرح وإحنا في Deutsch Kurs Kannst du oder können Sie es mir noch einmal wiederholen ده واحد برضو من الفrag الأسئلة اللي بتتقل كتير طب هو ممكن حاك تعيد تاني عشان أنا مش شاهم أو ممكن حاك تعيد تاني عشان أنا مش سامع Kannst du oder können Sie es bit noch einmal wiederholen Sehr gut دي أسئلة كتير بتتعمل طيب إك كأ gommالتاني ممكن تتعمل في اللذي كورس إش فشتي داس نش أنا مش فهم دات إش hab داس نش فشتان إش فشتي داس نش أو أنا مش فهم دلواتي أو أنا ما فهم توش أبل كلا إش hab داس نش فشتان weiter Kannst du oder können Sie mir das bitte erklären erklären das ممكن تشرح لدى تاني Kannst oder können Sie es mir bitte noch einmal erklären Kannst oder können Sie bitte ein bisschen langzamer sprechen langzamer sprechen sprechen langsam يعني الل الل lehrperson بيكلم بسرعة شوية فأول مو رح بس نكلم abطأ شوية عشان لأ دل أفهم Kannst du oder können Sie bitte ein bisschen إلى حد ما langzamer sprechen sehr gut Ich möchte den text noch einmal hören أنا عاوز أسمع text دوت مرة تانية was musish derivation vass gaud معظم الجمل اللي احنا نستخدمها واحنا قعدين دائما في كورس واحنا فهمين أو عاوز نقول ممكن تقول لنا دا تاني ممكن تكتب لنا كلمة دي إزا نقدر نقراها ازا نقدر تكتب وهكز sehr good طيب لو إحنا عاوز Ich möchte die Kursse in der Kursse geben, sondern ich möchte die Kursse geben. Das ist der Kursse. Einmelding zum Deutsch Kurs. Einmelding ist das Kursse, der Kursse, oder der Kursse. Einmelding ist das Kursse? Was ist der Kursse? Das ist ein Kursse? Der Kursse ist der Kursse. Was ist der Kursse? Weiter. Oder wann beginnt? Wann endet der Kurs? Der Kursse? Wann beginnt? Der Kursse ist der Kursse und wann endet? Hier ist der Kursse. Weiter. Wann fängt der Kursse an? Wann fängt der Kursse an? Das ist der Kursse. Wann beginnt der Kursse? Wann endet der Kursse? Das Verb anfangen? Das ist ein trennbares Verb. Der Kursse heißt der Kurs. Wie lange dauert oder wie lange geht der Kurs? Der Kursse heißt mehr. Wie lange dauert der Kurs? Wann ist der Deutschland? Wenn. Wann. Wenn. Ihmter. Wann. Wo ist der Deutschland? Mis. Und wie viel war begin der Unterricht. Der Unterricht ist der Dichtung. Da ist die Grundstunde. Die Kurs. Und heute? Und wie viel war? Und wie viel war? Und wo ist die Saison? Die Schöne? Wider. Und wie viel war? Und der Unterricht. Auf der Schöne? Das war die Schöne. Okay. Okay. Maiselna, viel Meldung zum Deutschkurs. Tadim oder Tessgiel der Deutschkurs. Wie viel kostet der Deutschkurs? Der Kurs, wie viel kostet? Gibt es am Ende ein Deutschbriefung? Hal, für den Kurs, da gibt es einen Entschluss. Gibt es am Ende eine deutsche Briefung? Gut. Wo kann ich mich für den Kurs anmelden? Gibt es einen Platz im Kurs? Oder gibt es noch einen Platz im Kurs? Hal, wie viel Mäzeile lesef, wie viel Mäken für den Kurs? Hal, wie viel Mäzeile lesef, wie viel Mäken für den Kurs? Oder nicht. Okay. Ich möchte mich für den Kurs anmelden. Ich möchte mich für den Kurs anmelden. Ich möchte an dem Kurs teilnehmen. Mäzeile lesef, wie viel Mäzeile lesef, wie viel Mäzeile lesef, wie viel Mäzeile lesef. Ich möchte mich für den Kurs anmelden. Und wie wir in der Kurs anmelden. Und wie wir in der Kurs anmelden. Ich möchte an dem Kurs teilnehmen. Weiter. Kann ich an dem Kurs teilnehmen? Ich möchte mich für den Kurs anmelden. Ich möchte mich für den Kurs anmelden. Sie sind gut. Wie wir sehen, heute anmelden wir uns auf eine sehr wichtige Frage anmelden. Ich möchte, die Kurs, die Kurs anmelden. Das war einst duall, das erste Mal von der Kurs. Die Kurs anmelden. Ich möchte starten über die Landskundliche Information. Über die Berichte von Deutschland und die Schmerzen. Das ist es interessant. Wie fühle ein Wohner hat Deutschland? Wie fühle ein Wohner? Wie fühle ein Wohner? Wie fühle ein Wohner hat Deutschland? 82 Millionen, 46 Millionen, 123 Millionen. Wie viele Einwohner? Ja? Sehr gut. 82 Millionen Einwohner. Machen wir weiter. Welche ist die größte Insel Deutschlands? Yatara? Ich habe den Namen Akbar Gazira für Allmann. Ich habe den Namen Akbar Gazira für Allmann. Prokrum? Zöld Rügen. Die Kula ist mein Wohner in Deutschland. Akebar Gazira. Rügen. Sehr gut. Nummer 3. Welche ist die Kölner Dome für Allmann. Die Kölner Dome ist die Kölner Dome für Allmann. Die Kölner Dome für Allmann. Die Kölner Dome ist die Kölner Dome. Die Kölner Dome ist die Kölner Dome für Allmann. Wann ist der deutsche Nationalfeiertag? Yatara? 1. Oktober, 3. Oktober, 2. November. Ja, am 3. Oktober. Sehr gut. In welcher Stadt befindet sich der größte Seehafen Deutschlands? Yatara? Ma ist die Kölner Dome? Die Kölner Dome. 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 Ich bewegt die Kölner Dome. Premenhafen. Kiel. Hamburger Dome. Sehr gut. Hamburger Domeer Dome. Machen wir weiter. Hier zum quella gleichen Trend und die Kölner Domekominse. Welches ist das höchste deutsche Gebäude? Höchste deutsche Gebäude? Aala Mabnaj an dog an der Allmann. E której? Ja, das Ulmer Münster, der Kummer Spanktower in Frankfurt am Main oder der Berliner Fernsehturm. Ja, der Berliner Fernsehturm. Okay, noch zwei Fragen. Welche Oper ist von Kompnitzin Richard Wagner? Wagner, das ist einer von den großen Melchenen und die Menschen in Deutschland. Ja, das ist der erste Operativ. Ja, der Ring, der Schneeblung oder Elektra. Ja, oder Zauberflöte. Wie heißt die Oper? Ja, der Ring des Schneeblungen. Die letzte Frage für heute. In welchem Bundesland befindet sich der Spreewald? Spreewald. Ja. Spreewald. Die Auf Wiedersehen und Tschüss!